Hier eine Patientin mit etwas schwachem Lippenrot. Sie möchte aber auf keinen Fall zu große Lippen haben. Sie möchte nur das Ganze etwas konturiert haben, etwas die Lippen vitaler darstellen und dass es passend zum Gesicht aussieht. Man sieht hier bereits, wie schön das Ganze geworden ist. Man sieht hier die Einstichpunkte noch leicht und das Filtrum, das ist vor allem das, was sie noch etwas attraktiver darstellen lässt. Die Lippen sind natürlich leicht geschwollen noch, aber ich denke, das passt genau zu ihrem Gesicht, ohne dass sie einen Schmollmund hat oder diese typischen Schlauchbootlippen. Davon ist sie weit, weit entfernt und hat ein sehr, sehr natürliches, aber attraktives Aussehen dadurch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017